Ich habe keine politischen Interessen. Ich möchte kein Kanzler werden. Ich muss auf nichts Rücksicht nehmen. Sie wahrscheinlich jetzt auch nicht, außer natürlich die Partei. Aber das ist so eine Missorganisation. Ich komme mir wie auf eine Titanic vor. Jeder sucht ein Rettungsboot und das Schiff geht langsam unter. Wir sind wie blind. Herr Lauterbach, sind wir auf der Titanic? Es ist eine Gefahr, der Menschen killt und keiner macht nichts. Das ist im Februar nicht vorbei. Das wissen Sie ja auch und das wissen auch die Politiker, dass das Ganze noch spätestens bis April mindestens gehen wird, wenn nicht im Mai. Das haben wir noch. Wir haben noch die schwerste Zeit vor uns.